die sitzstange des lindwurfs windet sich als ob sie leben würde sie fühlt sich weich und organisch an was die sitzstange des lindwurfs so ein kurzschwert das will ich identifizieren können das sieht aus wie ein schutzring plus 1 den niemand gebrauchen kann die handschuhe sehen interessant aus können wir aber auch nicht identifizieren wir haben viel zu viel zeug was wir gerade identifizieren müssten so jetzt aber ich versuche hier mal an der stelle zu rasten ja wenn man zu früh in dieses gebiet reinkommt dann kann das ein richtiger game breaker sein so handschuhe der waffenfertigkeit etw minus eins ha du hast schon ein von drei du hast ein von acht du hast ein von zwei du nur sechs und sieben acht damit bist du jetzt gerade am schlechtesten dass obwohl du das ding ausgerüstet hast du hast allerdings heilungshandschuhe ja trotzdem kriegst du den und du kriegst die heilungshandschuhe die ganzen als bänder die wir mal gesagt sammelt haben können zu talisa abwärm bänder kurzschwert plus zwei das pfeifende schwert minus zwei und das war es auch schon die rüstung unterdurch interessieren mich eigentlich noch melodisches kettenhemd plus drei rüstungsklasse zwei kann nur vom baden verwendet werden schrot sonst schleppt keiner was zu identifizieren rum nein nur noch die drei sachen das heißt bei der nächsten rast ach das ist ein langschwert plus eins ich dachte warum schleppe ich da ein ganz normales langschwert mit mir rum gut fragt nur nun gut der herr der versklavten ein tanari also ihr ihr seid diejenigen die diesem gefängnis und meine sklaven so für unruhe bereitet haben nur dem ich werde euch jetzt ein ende setzen die pflicht ruft ich verstehe ich verstehe ich stimme ich will war bei den tiefen dieses loches vielleicht ein portal das an einen anderen ort führt so dann gucken wir mal wo der tanari hin verschwunden ist was hast du uns zu sagen euer gericht geht mir langsam auf die nerven ah bitte lass mich ich habe nichts getan ja ja der tanari läuft jetzt aber nicht irgendwie außen rum oder ich habe gerade gedacht wo sind meine sieben meint stiefel abgeblieben ich warte wenn es das ist was ihr wollt ja euer wunsch ist meine wunsch ist meine wunsch oder ist er hier runter gefallen ich liebe den geruch von dattelpalmen am morgen ihr seid direkt hinter mir nicht wahr ich warte ich warte ich warte ich warte ich warte so etwas kurz Moritz Die Taten Moritz Die Taten Moritz Fragt nur, was möchtet ihr? Erzählt mir mehr davon So, es sind gleich alle unten Äh, so rum bitte Ausstellen So, alle mal darunter bitte Ah, der Kampion Tschüss Jungs Ich werde euch jetzt mal kurz befreien gehen Erstmal kurz gucken Euer Wunsch ist mein Begehr Hey, Schlappschwanz Ihr packt zu und ich kratze, ja? Keine große Herausforderung Ja, nun gut Was möchtet ihr? Ja Ich so sei es Ich bin Ich habe viele Wir werden dem Herzen des Bösen Einen schweren Schlag versetzen Es gibt keinen würdigeren Anlass Wir werden die jetzt los Geht weg Ach, weißt du was? Gib die Sphäre her Wir werfen sie einfach ins Feuer Ja, gut ist Gibt es jetzt vielleicht was zu metzeln? Keine große Herausforderung Ich warte Ja, nun gut Was immer ihr will Wenn ihr es wollt So, erstmal die Wehrwürfe wieder hochlocken Fragt nur Natürlich Bei Torfinch wird euch erledigen Die Dienere schon erledigt Ach, Wolf, wir sind auch dazwischen gewesen Ich warte auf euren Befehl So Das war die Grube Hier unten war auch nichts weiter Keine große Herausforderung Nicht da reinrennen Oh Mann, ey Jetzt kommt da hinten Noch ein Sklave hinterher Wenn ich der Gruppe weiterhin von Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt Zur Glück habe ich ein Quicksafe gemacht Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg Gibt es jetzt vielleicht was zu metzeln? Kannst du aufhören, auf mich zu schießen Und stattdessen hierher kommen? Jins, wer hat die eingeladen? Okay Ich liebe den Geruch von Dattelpalmen am Morgen Wenn es das ist, was wir wollen Ich warte, euer Wunsch ist mein Begehr So Kann ich Quicksafen? Ja, ich kann Quicksafen Kann ich rasten? Ja, ich kann rasten Kann ich hier die Sphäre geben? Ja, ich kann hier die Sphäre geben Kugel der Herrschaft Wenn man nur wüsste, wie man die Kugel der Herrschaft anwendet Könnte man damit jeden, der einen Sklavenband trägt, beherrschen Da ihr das jedoch nicht wisst Bleibt euch wohl nichts dazu übrig Als die Kugel zuerstören und die Sklaven zubefachen Fehlen Koboldstich Nach einem Treffer muss dem Opfer ein Rettungswurf gegen Gift gelingen Oder es schläft für zwei Runden ein Was haben wir hier?